Hallo zusammen, ich bin Lidia Munoz und mache die Lehre aus KV bei Senevita. Vor der Branche Dienstleistung und Administration. Und heute würde ich euch gerne zeigen, was ich meinen Berufsalltag so mache. Eine Abteilung meiner Lehre ist der Empfang, der zur Administration gehört. Und dort hat mir gefallen, dass man viele Kundenkontakte hat, wie telefonisch oder auch persönlich. Für Senevita besuche man verschiedene Abteilungen, was auch die Lehre vielseitig macht. Und was ich auch gut finde, ist, dass Praxisbildner sich gute Zeit nehmen für ihn. Im Auftrag von Marketing bereite ich hier noch Werbegeschenke für eine Schulklasse, die der Hauptsitz wird abgesuchen. Wenn euch der Einblick gefallen hat, könnt ihr euch sehr gerne für einen Schnuppenlehrstall oder Lehrstall bei uns bewerben. Wir warten auf euch! Wir warten auf euch!